Ungewöhnliche Blickwinkel und außergewöhnliche Einblicke, das macht sie aus. Die Geschichten im Lifestyle-Magazin Leipzig exklusiv. In der aktuellen zweiten Ausgabe begegnen dem Leser charmante Persönlichkeiten und stilvolle Themen, präsentiert aus einer anderen Perspektive. Wir haben als Titelgeschichte diesmal Peter Maria Schnur, den Koch aus dem Falco, der uns einen Tag hat Einblick in sein Leben gegeben. Wir haben die Bolesstänzerin Nancy Hochstein, die in Leipzig auftritt und die Männer verzaubert, uns aber gesagt hat, dass sie vor allem für die Frauen tanzt. Es ist natürlich aufregend, zumal ich gar nicht wusste, dass der Artikel dann halt auch so groß ist. Im Endeffekt bin ich sogar auf der Titelseite gelandet. Es ist schon aufregend. Heft Nummer zwei, da sind wir stolz drauf. Das ist eine tolle Sache, dass wir da natürlich die Titelstory gekriegt haben von Frau Polenz. So kann es weitergehen. Auch die anderen mitwirkenden Protagonisten sind von Leipzig exklusiv überzeugt. Das war ein super Gefühl erstmal, überhaupt aufmerksam zu bekommen von den Medien jetzt. Und die ganze Zeit war das ja nicht so. Und Lok, Frauenfußball, das hat ja keinen interessiert. Und jetzt nach dem Aufstieg war das ja eine Riesensache. Leipzig braucht dieses Magazin. Es ist sehr schön. Und auch in dieser Darbietung mit diesen Fotos kennt man es natürlich von vielen großen Beispielen. Und jetzt mit diesem regionalen Touch glaube ich schon, dass es hier in Leipzig gut angenommen wird. Gefällt mir gut. Ist schön bunt. Sind wieder spannende Themen. Und ich habe jetzt bloß gerade mal so drüber geblättert. Und ich freue mich auf heute Abend, dass ich es dann im Bett in aller Ruhe mir angucken kann. Vor allem wieder schöne Modestrecke. Freue ich mich drauf. Ja, bin begeistert auf jeden Fall. Das Erscheinen von Heft Nummer zwei wird natürlich auch im exklusiven Ambiente gefeiert. Klar, dass auch das Programm alles andere als gewöhnlich ist. Unser Anspruch ist, außergewöhnliche Geschichten dem Leser zu bieten, die so noch nicht aufgeschrieben wurden. Wir bieten lange Geschichten, gut recherchierte Themen und einen außergewöhnlichen Blickwinkel auf die Stadt. Leipzig exklusiv. Das Lifestyle-Magazin der Leipziger Volkszeitung ist überall im Zeitschriftenhandel oder im Abo erhältlich. Das Lifestyle-Magazin der Leipziger Volkszeitung ist überall im Abschluss-Magazin der Leipziger Volkszeitung. Vielen Dank.